herzlich willkommen hier ist dieser paul mit dem thema firefox os eine app verschieben die beiden letzten videos waren ja darüber wie man apps installiert und deinstalliert das verschieben ist eigentlich genauso wie die prozedur vom löschen einer app und zwar geht man wie folgt vor man klickt die jeweilige app an bzw das icon einer app klickt länger und jetzt sieht man hier schon die markierung die fürs löschen einer app gedacht sind aber im gegensatz zum löschen lässt man hier eben nicht los man klickt weiter und so wird das icon dann etwa 10 20 prozent größer so wird das icon besonders hervorgehoben und jetzt kann man die app einfach verschieben nach oben nach unten nach links nach rechts und wenn man sich für eine neue position entschieden hat dann lässt man einfach los und das war es dann eigentlich auch schon das war user paul von open screencast und viel glück